BIRCH BEWEH! Kam doch grad'n Bus, oder? Wo ist es, wo ist es? Ich find' dich. Boah. Da! Und da sind die tollen Straßenbahnen. 100. Bringt die Fahrgäste in die Nachbarstadt nicht im Ernst. Folgen hier. Okay. Wie kann die denn die in die Nachbarstadt bringen? Geht doch gar nicht. Zur nächsten Haltestelle. Alter, ey. Ich brauch' echt mehr Geld hier. 74 vergangene Verbrechen pro Tag. Jetzt gib mir da noch mal ein bisschen Geld hier, ey. Danke. Danke. Gefängnissen sind voll. Da muss man die ja freilassen, ne? Na? Ja. Kann man ja nicht woanders hinbringen. Kann man ja nicht woanders hinbringen. Wie viele Verbrechen einfach nur in der Stadt sind, das geht gar nicht, ey. Okay. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen Bildung hinbauen oder so. Und die müsste ich hier mal wieder öffnen, aber die macht mir minus 4000 pro Stunde, ja. da bin ich ganz schnell bankrotten. Da bin ich ganz schnell bankrotten. Da bin ich ganz schnell bankrotten. Alter, ey. ... 81 Alter, wie viele Verbrecher. ... ... ... ... und Ich guck mir das grad so an, ne? Und ah, Alter. Boah, gib mir ein bisschen Geld hier. Alter. Ist das schlimm? Und überall hört man die ganze Zeit die Schüsse. Jetzt geht mir doch jetzt... Im 2000er! Mein Gott! Da setzen wir den. Alter, wie viele da langlaufen. Danke, danke. Wie schnell die einfach nur voll wäre, ne? Danke. 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 Das macht sehr viel Sinn, dass wir jetzt hier alles so nacheinander öffnen. Da, Alter, aber guck nur, wie viel... Ist ja wohl lustig, ey. Ja, und Leute, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Wartet. Wartet. So, äh, so. Äh, so. Bis gleich. Okay, Leute, da bin ich wieder. Und wir machen weiter mit der Scheiße, ey. Das geht gar nicht. 49 verlassene Gebäude, ey. Am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Also, wie viele Verbrecher hier aber auch sind, ey. Am Arsch. 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 Leuch. So. Äh, so. Äh, Polizei. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal einen Kredit. So, und jetzt können wir hier nämlich noch eine Polizeiwache bauen. So. 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 Richtig krass. So, festgenommen. So, jetzt machen wir wieder den Gewinn hier. Weil wir müssen uns erstmal hier wieder die Stadt aufbauen. Also, 45 Minuten. Oh, scheiße, ich hab aus Versehen. Ah, nee, doch nicht. Ah, nee, doch nicht. Also die Glücksspiel-Spezialisierung ist echt die schwerste. Wegen den ganzen Verbrechern, die das anzieht, ey. Boah. Das geht gar nicht, Leute. Das ist einfach übelst krass. Aber dass hier gar nichts abbrennt oder so. Also, bei so vielen verlassenen Gebäuden, das verstehe ich nicht. Ähm, wie viel Dings, wie viel Dings halt, ne? Ich wisst schon. Äh, was wollte ich denn jetzt nachgucken, Leutchens? Genau, hier, Polizia. Hehehehe, ja, ja. Äh, Gefängniszellen. Habe ich gerade schon gemacht. So, wir machen aber immer mehr Festnahmen. Äh, so will ich das haben. Und wartet ganz kurz. Ich lasse das Spiel laufen, also wundert euch gleich nicht. So, da bin ich wieder. War nämlich nur eine kurze, kurze Pause. Äh, und ja. Die Kriminalität macht euch immer noch Sorgen. Ich baue schon so viel Polizei, wie es nur geht. Also, haben wir in der Stadt überhaupt eine Feuerwehrwache? Ach ja, da eine. Boah, kommt die weit, ne? Das geht ja gar nicht. Äh, egal. Feuer haben wir keine Probleme. Polizei haben wir Probleme. Ach, hier kommt keiner hin, oder was? Doch. So, tschack. Netzwerke trennt, alter, jung. Was ist mit meinem Internet gerade los? Egal. Okay. Es ist einfach nur krank, wie viel Polizei wir für diese Scheiße brauchen, ne? Das waren die alle da hinten lang. Schon wieder alles voll, ey. Das muss ich ja machen, um gleich noch mehr Polizei hinzumachen. Ja, Alter, ich mache schon überall Polizei. So, jetzt habt ihr noch mehr Zellen. Mach die mal schnell voll hier und dann soll es keine mehr geben. Keine Verbrechen. Oh, es wird aber deutlich weniger, wie man merkt, ja? Mit ganzen drei Polizeiwachen. Niedrige Grundstücksweise. Geldnot, 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 Geldnot! Ja, ich habe gerade Spaß. Was ich ja eigentlich machen wollte, war... Ich habe keine Probleme mehr mit der Polizei. Wie geil. Sehr schön. Was ich ja eigentlich machen wollte, ist das Kohlebergwerk hier oben. Ja. Kohlekarte zeigen. Kohlekarte. Hier wollte ich das ja hinmachen. Und dann zeigt mir mal, wie viel das kostet, bitte. Metall. Nicht genehmigt. Wir haben nur zwei Industriegebäude. Ich habe da hinten doch, wenn ich mich recht entsinne, einen ganzen Streifen ausgewiesen. Aha, da wollen ja keine rein. Wieso auch? Wir haben nur einen Totenbrot, das ist doch prima. Zieht doch mal in hier. Macht doch mal Industriegebiet. Zieht doch mal in hier. Macht doch mal Industriegebiet.